und heute wie ihr hier sehen könnt spielen wir mal einen taikuhn wir bauen nämlich heute einen 99 millionen euro und dazu gehen wir hier auch direkt hin und kaufen uns erst mal eine hühnerfarm anscheinend so aber dadurch dass wir nicht verdienen müssen wir uns hier erst mal so ein hundings darf uns da holen und dann kann man hier die kisten irgendwie einsammeln und dann packt man die einfach hier hin und dann fährt dieses auto in nix und müssen wir jetzt 66 relativ wenig ich habe eine box neue produkte es war echt 8000 oder man kann hier einfach auf level das nächste kostet 200 dann sparen wir auf 240 dann haben wir nämlich genug geld um also jetzt schon neun in der seite was natürlich ziemlich geil ist und da gibt es irgendwie eine neue produkte und hier kann ich mit 100 dingern auch automatisch automatisch mal ab links die wir sehen uns gleich mal wenn ich ein bisschen dass die geachtet habe sondern wir drehen mal hier kurz an diesem rad und können wir irgendwie kostenlos machen so gehen wir hier mal kurz 2000 auf die schnelle und hier auch die kiste einsammeln noch mal 200 m ihr seht schon dass ich auch jetzt werde sieben bilden also ich habe hier fleißig wieder einmal einkaufen gehen ja genau also bis zu diesen fünf sterne irgendwie muss man das wahrscheinlich machen okay jetzt bin ich zwei dinge würde ich nicht machen ist tatsächlich zu viel geld so die mit jetzt hier nochmal 8000 viele für sieben minuten ja 1800 achten das so leute ich habe wie ihr da oben sehen können locker flockige 250.000 und wenn wir das hier erstmal wieder ein und wenn wieder drehen und kriegen ja noch mal 12 dann würde ich sagen verbessern wir die schalte erst mal wenn ich jetzt nicht zurücksetzen er macht ok maximal dann kommen wir mal das 800 auch nicht hier auch noch mal alles durch und tatsächlich ist mein geld leer war das gerade 300 ok ich war so die minuten noch und dann schon einzeln das stand auch immer mit dem egal ist das ja eigentlich sicherer transport die schwindigkeit des einfördernd sie kann man einiges einstellen würde ich aber jetzt im moment nicht machen da ich hier ein bisschen geld für hinten brauche ein geld mehr perfekt das doch gegeben jetzt sind die aber 100 hallo was das auch abgeben oder jetzt also ich glaube wir kurz mit dem ja auch noch so der letzte stern haben wir auch gleich letzten stern haben wir auch gleich das ist da habe ich dann wieder 200 50 50 50 50 zurück dann einmal zurück gesetzt dann können wir uns das hier auch wieder leisten dass wir kein geld haben genau so und bezahlen wird ebenfalls wird es nicht gut dann haben wir nicht fertig 8 spiel irgendwie ich will die tatsächlich dafür sparen Aber geil, dass es auch so was hier in diesem Spiel gibt, dass man hier auch so Sachen einsammeln kann und alles. Finde ich ein cooles Feature tatsächlich. Man. Danke. Haben die echt geil gemacht auf jeden Fall. Muss ich mal gucken. So, dann machen wir ja immer 28 33 38 und 43 geht nicht. So. Ähm, jetzt haben wir auch immer wieder 144 1000 Unis. So. Zack. Perfekt. So, Leute. Wie ihr hier gerade sehen könnt, haben wir hier unten eine Million. Also, habt ihr ja gerade gesehen, ne? Eine ganze Millionen, die ich jetzt hoffentlich verkaufen kann, wenn das hier das mal anzeigen würde. Da ist es so. Gibt mir diese Millionen. 5 Sekunden. Leute, da hab ich die Millionen Euro. So, und dann können wir ja erstmal alles durchkaufen. Oh, wobei, es ging jetzt relativ schnell. Es gibt jetzt zwei Stufen, was? Krass. Also, es gibt wahrscheinlich immer mehr Stufen, weil hier ist es ja schon auf Maximum. Und hier, ähm, müsste es danach wahrscheinlich auch auf Maximum sein. Denke ich mal. Muss ich aber gucken. So. Irgendwie praktisch spielen noch ein bisschen rum, aber also hier mit diesem hinlegen praktisch manchmal, also wenn ich es jetzt hier hinlege, jetzt geht. Weil manchmal hängt das ein bisschen rum. Aber ist ja nicht so schlimm. So. In einer halben Million können wir dann hier wieder hinlegen. So. Zack. Müssen wir hier wieder. Oh, wir können wieder am Rad drehen. Jetzt auch schon mal nice. Oh. Oh. 150 was. Also 100.000. Hier haben wir auch wieder 100.000. Irgendwas 11.000, was weiß ich. Weil wo nicht. So. Zack. Perfekt. So, Leute. Wir haben wieder 5 Millionen den Ditcher auf the cash. Ähm, da kam gerade auch mein Handy eine Nachricht von FC Bayern. Also ihr könnt ja gerne mal auch mal sagen, was ihr so von FC Bayern haltet. Also ich, sag mal so, ich bin schon FC Bayern-Fan. Ähm, aber natürlich mag ich die anderen auch, ne, und ich jetzt Dortmund auf jeden Fall gegönnt, weil halt Bayern einfach schon 10 Monate, 10 Monate, 10 Jahre jetzt Weltmeister geworden ist. Und jetzt halt schon zum 11. Mal. Ganz knapp diesmal, also Dortmund hätte echt gewinnen können. Ähm, genau. Genau. Wir haben das auch auf Maximum, dann gehen wir zum nächsten. 140. Und das Geld ist jetzt alles weg. Perfekt. Oh, was ist hier wieder? Einsammeln. Nice. Ah, genau das meinte ich. Seht ihr jetzt, was passiert ist? Es ist einfach gerade weg gewesen. Mache gefühlt einfach gerade Millionen. Die ganze Zeit. 720.000 kostet das nächste. Wie viele kriege ich? 67.000 die Sekunde. Wow. Also wenn man das im echten Leben so bekommen würde, mhm, wäre nice, ne? na, da passiert dort nicht. Also, wirklich passiert dort nur. Ähm, ja, perfekt. Und Geld. Eier, äh, 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 hühnerlich, schön fleißig. Ah ja. Okay, Leute. So, Leute, jetzt haben wir so kurz hier Geld bekommen. Oh, wow, wow. so, jetzt können wir das hier einmal Phase 2 natürlich. 21 Millionen. Die Geld habe ich doch nicht gemacht. So, haben wir mal hier zwei Millionen gekriegt. Oh, gekriegt der Geld. Nice. Nice. Kann man natürlich auch nochmal einsammeln. Und würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal holen und dann können wir uns, glaube ich, jetzt brauchen wir alles noch. Okay. Bitte, aber ich würde sagen, auch das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Schaut außerdem auch in meinem Discord, äh, auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, außerdem gönnt euch den SCNX-Bot. Das ist ein sehr geiler Bot, den ihr einfach in eurem Discord-Server sehr gut und schnell verwenden könnt. Link ist auch in der Videobeschreibung. Ich habe noch einen traumhaften Tag. Auf Wiedersehen, euer Sand. Ciao, ciao. Outro